Hallo, ich bin der Martin. Und ich bin der Freddy. Wir sind Fantasy und wir freuen uns, denn am 27. September geht's richtig los. Und da sehen wir uns nämlich auf der Wiener Wiesn ab 20 Uhr. Seid dabei, wir freuen uns. Ciao, ciao. Kannst auch noch mal winken. Österreich größtes braucht uns und Wiesnfest. Bis dann, tschüss. Ihr seid ja immer noch da. Trotzdem sehen wir uns am 27. September ab 20 Uhr auf der Wiener Wiesn. Da geht's richtig los. Ich sag mal, ich bin knapp 40 Jahre nicht mehr drauf, aber es macht immer noch Spaß. Also wir freuen uns, denn am 27. September geht's richtig los. Da sehen wir uns auf der